Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute wieder aus dem BSPT Gewächshaus von BSPT Gartenprojekt und heute zeige ich euch mal was sich in der letzten Zeit getan hat. Wie ihr jetzt schon im Intro gesehen habt, haben wir jetzt die ganzen Tomaten eingepflanzt im Gewächshaus und einige Gurken haben wir schon drinnen, Rucola, Salat, verschiedene Tomaten an, Sherry Tomaten, Hawaii Tomaten, also die unterschiedlichsten Sorten und der BSPT Quick Tip bezüglich Tomaten ist dieses Mal, dass man darauf achten muss, dass man die Tomaten im Gewächshaus nicht direkt begießt, weil sie sonst nämlich Krautfäule kriegen können. Also man sieht dann hier in diesen Plastikbechern kann man das einfach so machen, man kann es natürlich auch mit Tontöpfen lösen, sieht schöner aus, etwas kostenintensiver, dass man einfach das Wasser in den Topf gießt und sich die Tomaten quasi dann selbst bewässern. Also man muss sie natürlich gießen, aber man muss es nicht direkt auf die Pflanze gießen und umgeht so die Gefahr, dass sie Krautfäule kriegen können. So, das war der BSPT Tipp für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat und bleibt dran für neue spannende Sachen. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020